Hallo und herzlich willkommen zurück bei Butze spielt Legend of Grimrock. Willkommen auch auf Stufe 3 des Verlieses von Mount Grimrock. Ich sehe, hier sind einige Fackeln nicht eingesteckt und wittere ein Rätsel. Aber vorher gucken wir noch mal nach den plumpen Knöpfen in der Wand. Da ist nichts, da ist nichts. Und... A lone pillar of light stands alone in the night. Ja. Ob man... Nur den... Dann hier... Oh, hallo! So... So... Oh! Backstab Jawoll! So! Vögel sind platt. Earth Magic. Resist Poison. Nächster Spell auf 11. Poison Shield auf 13. Poison Bolt links unten rechts oben. Ah ja, genau. Wir haben ja letztes Mal noch hier die Mixturen gefunden. Hm? Ö? Ah, das war auch interessant. Ach ja, genau. Er hat ja noch Level Up. Earth Magic. Tier Staff Defense. Evasion Protection. Hm. Light Armor Proficiency. Wird eventuell nochmal interessant. Und ansonsten Level 4. Hm, 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 hm. Ach, Bullshit. Wir machen hier einen totalen Erdmargus. Earth Mastery. Erstmal machen wir den Erdmargus, genau. So, wenn der hier Light Armor Proficiency kriegt... Vielleicht... Ah, ah, tatsächlich. Ja, dann muss er auch Dodge lernen. Ach, hey. So. Wie viel Energie kostet der wohl? Uh, okay. Hey! Jetzt sind die auch wesentlich entspannter zu töten. Wink, äh, Demons. Hab ich jetzt mal. Nicht Wichser. Würde ich nie sagen. Ähm, ja. Keine Knöpfe. Pillars of Light. Hihi, Pillars. Nee, kein Knopf. Hallo? Oh. Au. Hey. Mein Gott. Hallo? Ach,leigh. Ach. Juhu. Kann er den einfach so abschießen? Ne. Tja, dann... Dann nicht. Nichts in der Wand. Nichts da. Jetzt müssen wir so langsam mal aufpassen, wo wir hinlaufen. Wenn ich hier schon wieder... Knöpfe im Boden... Äh, Löcher im Boden sehe. Uh, Shuriken! Äh... Alles klar. Du machst mal hier die Klappe zu. Da ist sie dann. Äh, das war so klar. Ha, ha. Ha, ha. I don't... Huuuuhh! Nein! Scheiße! Nein! 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 Ah! Okay. Ähm... Hui! Ja... Gut! Dann... Willkommen im... 2... 3... Level... Pillars of Light... Hä... Ja... Leute, das ging schneller als erwartet... Ja, hier hat noch eine verbrauchte Fackel... Und... Wir waren... Hier... Kannst du hier noch einen Secret? Ach... Ach... Nein! Warum... Ich hatte doch vorhin... Ein Level Up! Warum habe ich denn jetzt noch kein Level Up? Vielleicht gab es ja doch ein Secret... Äh... Huch... Nö... Hm... Hm... Nö... Hm... So, der sollte Earthmagic und, ja, nochmal Earthmagic. Und wer kriegt hier die Eisbombe noch? Hier war doch noch irgendwo was zum Drücken. Spinnst du? Da ist der Honk. 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 Honk. Da ist der 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 Honk. Honk. Da ist der Honk. 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 Honk.